Wieso habe ich Wasser über mir? Alter, mein Inventar ist schon voll WTF Aber das will ich ja eigentlich gar nicht Nein, das will ich nicht. Oh Gott! So, was bringt mir ein Feld? Eins, zwei, drei, vier. Vier Stacks. Das war jetzt nur so drauf in Ordnung. Zombies. Oh, das ist lang hier, ey. Mann, 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 Mann. Was trägt Peter eigentlich dazu bei, was er da macht? Ich baue grad die Anbindung. Also eigentlich steht er nur die ganze Zeit da rum. Der steht jetzt im Berg und ist AFK wahrscheinlich oder sowas. Toll, Peter, da machst du ja echt viel. Du könntest dir ja immer lieber helfen, hier zu ebnen. Hab ich vorhin schon gemacht. Na, der hat aber keinen Bock mehr gehabt. War er sich zu fein dafür? Jetzt bin ich der Meinung, dass ich den Zuschauern vielleicht mal kurz was anderes zeigen kann. Und will die Zuganbindung machen, ja. Hast du recht. Ich finde, du könntest den Zuschauern mal was anderes zeigen, indem du Hadi einfach tötest. Das war mein Ernst. Da muss ich mal böse werden. Ja, deswegen. Wenn du den Zuschauern was Lustiges zeigen willst. Das könnte ich natürlich auch eben übernehmen. Aber dann müsstest du das wieder drauf haben. Aber dann bin ich wieder der böse Bub. Und ich will nicht immer der böse Bub sein. Na, ich dachte, du genießt das. Teilweise schon. Würdest du das nicht genießen? Nee. Warum nicht? Bin ich nicht der Typ für. Dann langweiler. Ja. Tja, meine Hühnchen. So, jetzt wird ihr in den Love-Modus versetzt. Ja. Oh, eure Chloaken. Ja, jetzt geht's los. Du bist so ein kranker. Hühner haben übrigens ein Thanos-Horn-Protonens. Du bist so ein kranker. Hühner haben übrigens ein Thanos-Horn-Protonens. Boah, das nimmt mir noch viel zu wehner. Ein wenig Hühnchen hier. Das geht halt gar nicht. Klar. Problem ist, ich muss die auch mal auf die andere Seite kriegen. Ja. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Cool. Vielleicht gibt's jetzt ein neues Huhn. Schauen wir mal. Miau! Miau! Morgen muss man da viel Buddeln für, ey. Nur damit unsere Bahnstrecke nicht so behindert ist wie die von Hardy. Pff, ich meine, er ist zweckmäßig. Ja, das ist das andere Wort dafür. Ja, das ist das andere Wort dafür! Juhu! Ein neues Huhn läuft jetzt hier rum, Peter. Das hat mich fucking... Ich baue doch deine Bahnstrecke aus. Meinst du, bist jetzt toll oder was? Miau! Mch, 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 mch. Alter, 64 Brote. Oh mein Gott. Ja, wo sind denn die Fackeln allein? Ja. Oh, da sind sie zusammen, die beiden Hühnchen. Das ist noch ein Ei. Komm, es gibt noch einen Ruh. Ach, fuck! Scheiß Viecher. Oh mein Gott, ne, ne. hier werde ich auskommen ziemlich genau hier komme ich nachher aus ich wollte schon mal sagen ja das geht aber gar nicht ich finde du musst zwei anhöfe bauen wenn wir dann noch da hinten an anderen seite dort haben wollen wir müssen uns mal das muss ja darüber laufen und so wie zwei waren ja hinten an der mine das ist auch voll das weite stück also ich freie an zwei eingänge von licht so eine ausstieg hier vorne machen und dann kannst du noch weiterfahren geht sofort direkt zwei bahnstrecke einfach machen ja ich hatte schon zwei geplant für einmal hin und zurück nur dann muss christian nicht halt noch mal den bahnhof dann wird das ding bis in den bahnhof ach so du meinst einfach jetzt die strecke bis nach vorne und dann da noch da einfach weiter aus dieser range kommen auch gute ideen aus der anderen weniger gute finde ich die schaffst du nicht die schaufel weggegangen mann wieso kommen jetzt keine hühnchen mehr aus den eiern haben wir noch schaufeln bestimmt ansonsten haben wir noch eisen ach so hat es schafft mal wieder geschafft hier raus zu glitschen ja das ist ja schön ich glaube so viele schauen haben wir nicht mehr ich hatte mal ein ganzes inventar voll mit schaufeln habe ich dann alles da rein gesteckt und nicht mehr so viele aber jetzt ist ja auch nur zu stück wieder begradet worden naja ich finde die strecke von dem neuen von dem bauernhofs bahnhof bis zu der mine sollte dann so eine schwebe bahn sein die strecke da man nicht und da wird man so schön schön aber dann über den hof wird damit man sich ja genau das meine ich könnte sowieso so eine rundbahn bauen mit verschiedenen ausgängen dann das ist wahrscheinlich sogar nicht mal wenig sinnvoll es hat doch einfach es hat sogar ziemlich sinnvoll das ist ganz schön was schon aufgeraucht am arsch ja schwein komm hier rein leute glitsch komm schwein du willst hier rein du willst hier rein komm 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 bei nie es ist drin wir haben jetzt ein schwein bei uns auf dem hoch ja mann ja das glaubt ja nicht nur das spricht total crazy wie ich mitkreis das ist doch Moment was macht das Huhn da oh wie geht's denn das da rauf rum nein dummes Huhn dummes Huhn da we du du Tja, 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 tja.